Hi Freunde, Modman hier. In diesem Video erkläre ich dir, wie du ganz einfach viele Schmiedesteine finden kannst und wie du im Anschluss damit deine Waffe verbessern kannst. Wenn dir das Video gefällt, gib einen Daumen nach oben, abonnier meinen Kanal und guck auch gerne bei Twitch vorbei. Ich würde mich freuen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Es gibt so ein paar Spots auf der Karte, wo besonders viele Schmiedesteine zu finden sind. Und zwar erkennt ihr die an Höhlen auf der Karte. Zum Beispiel hier, kurz zur Zurechtfindung, hier ist der Start, wo ihr rausgekommen seid. Da geht ihr rechts am Wasser entlang und dann hier oben seht ihr eine Höhle. Die ist quasi schon eingezeichnet. Und wenn ihr das erste Mal da wart, seht ihr ein Höhlensymbol. Und wenn ihr dann in die Höhle bzw. in die Mine reingeht, das ist eher eine Mine anstatt eine Höhle, ist dann hier so eine Art Fahrstuhl. Mit dem könnt ihr runterfahren und dort könnt ihr dann quasi einen Gnadepunkt aktivieren, um euch wieder hier hin zu porten und euch auch zu beleben etc. Ja, ihr geht dann in diese Höhle rein und dort warten einige Gegner auf euch. Ein kleiner Boss und ganz viele von diesen Steinen. Und ich begebe mich jetzt mal in die Höhle rein und dann sehen wir weiter. Ja, ich bin wirklich nur fünf Meter in die Höhle gelaufen und schon war hier so ein kleiner Minenarbeiter mit einer Pickaxe, so wie dieser Kollege hier, der hier am Schürfen war. Und wenn wir uns das näher angucken, können wir Materialien sammeln. Eine Schmiedestein Stufe 1, können dann hier weitergehen. Hier sehen wir wieder Gegner, die quasi gerade am Hantieren sind. Die hauen wir um. Hier ist noch so ein kleiner Wächter, den nehmen wir natürlich auch kurz mit. Und dann können wir hier wieder sammeln und bekommen viele Schmiedesteine. Ja, hier wie versprochen am Ende der Boss der Steingräbertroll. Den versuchen wir jetzt mal. Ich habe den noch nicht probiert, aber ja gut, wir machen so viel Schaden, das dürfte eigentlich gar kein Problem sein. Alleine. So, das war es mit dem Boss. Ein Schmiedestein könnt ihr nun eure Waffe verbessern. Das macht ihr am besten an der Kirche von Eli. Hier ist so ein Gnadenpunkt, wo ihr hinreisen könnt und hier findet ihr einen Amboss. Den könnt ihr mit Y anklicken. Hoppala. Mit Y anklicken und dann auf Waffe verstärken. Und ihr sucht euch eure Waffe aus, zum Beispiel ich meinen Dreschpflegel und füge ihn plus eins hinzu, damit er mehr Schaden macht. Natürlich nicht die einzige Mine in Elden Ring. Haltet da einfach mal die Augen offen. Guckt euch die Karte genau an und ihr seht auch schon auf den Kartenabschnitten, wo genau ihr Minen findet. Ich werde in Zukunft auch noch ein Video hochladen, wo genau ihr Kartenabschnitte finden könnt. Und da gibt es einen kleinen Trick, das zeige ich euch im Nachgang einmal, beziehungsweise in einem anderen Video. Haltet da gerne die Augen offen. Ich denke, das kommt heute Abend. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß in der Welt von Elden Ring. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat und ich euch weiterhelfen konnte, gebt einen Daumen nach oben. Fragen und Anregungen dazu gerne in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Abo da. Bis demnächst. Euer Mottenmann. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.